spaß am lesen verlag lesen für alle die geschichte von katja geschrieben von johann von keinem das buch ist geschrieben in leichter sprache sprachlevel a1 sie können es beziehen unter einfache bücher.de oder im buchhandel die geschichte von katja katja ist zu hause sie sieht fern sie schaut einen film und dann die nachrichten danach macht katja den fernseher aus sie nimmt ein buch und geht nach oben sie geht ins schlafzimmer und liest im bett katja liest bis elf uhr dann macht sie das licht aus sie schließt die augen und schläft ein sie träumt sie fährt mit gert in urlaub gert ist ihr mann gert ist nicht da er arbeitet nachts um acht uhr morgens kommt er nach hause katja wird wach sie hört etwas was ist das sie schaut auf den wecker es ist zwei uhr nachts gert das kann nicht sein aber unten ist jemand katja lauscht sie hat angst das waren die ersten seiten aus der geschichte von katja sie bekommen das buch im buchhandel unter der esbn 978 3 9 4 7 1 8 5 8 7 0 spaß am lesen verlag lesen für alle webseite einfache bücher punkt de